Also, ich sehe hier einen Apfel. Das ist doch eindeutig ein Apfel, oder? Wow, das ist doch eine Orange, die da liegt. Meinst du die Orange, die hier liegt, oder was meinst du, von was sprichst du denn? Ja, dieses runde Ding da mit den Blättern drauf, das ist doch eindeutig ein Apfel. Entschuldigung, das ist, also, reden wir gerade eben von der Orange, die hier vor uns liegt. Nein, das ist, also, das ist komisch, das Obst, das ist ein Apfel. Das ist doch eindeutig ein Apfel, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Nein, das ist eine Orange, wirklich, ich meine, hallo, hast du kein Vertrauen in mich? Ich meine, Entschuldigung, ich werde es doch wohl wissen, wenn nicht ich, wer dann? Woher willst du wissen, dass es ein Apfel ist? Das ist doch, das ist eindeutig eine Orange. Woher willst du wissen, dass es eine Orange ist? Ja, weil ich weiß es. Ich bin mir hundert, mir wurde das immer beigebracht, ich weiß, dass es ein Apfel ist. Ja, alle Menschen, jeder Mensch glaubt, dass es... Alle Menschen glaubt, dass es eine Orange ist. Also, woher, woher, also, jetzt wird es aber langsam, das ist ja die Höhe. Nein, also, ich bin, ich bin von 100% sicher, dass es ein Apfel ist. Das ist eine Orange. Dann könnte ich doch gleich sagen, na, okay, vielleicht hast du ja recht, vielleicht sollte ich deinem Wissen vertrauen. Es ist wirklich eine Orange. Also, blinde ich ja, vielen Dank. Vielen Dank.